von fein kontrollierte sofort du wurdest entdeckt ich habe kapital ok da habe ich mit drauf geschossen Ash und IQ sind da im Gang Da ist noch irgendwo einer Dann muss der IQ gewinnen Ash hab ich Okay, kannst Mach doch mal auf Smoke ist dort im Raum, ne? Einer im Raum ist dort verletzt Ja, Smoke ist komplett rechts Hab ihn, hab ihn, hab ihn Es ist noch einer Jetzt ist er tot Links im Raum ist einer sein Hab ihn Wollen wir uns mal ausräuchern Ja, ich mach die andere Seite gerade auf Ich hab von der anderen Seite auch gerade noch aufgemacht Loll 10 Sekunden übrig Recht der verbleibende Gegner 5 Sekunden übrig Warte Hier in der Ecke Er rennt weg Renn raus Oh, der hat kassiert Er steht direkt an der Tür Rachel, was machst du eigentlich? Außer in der Ecken spielen ich gar nichts Hast du ihn? Oh, nice Und er steht links von der Geisel Er steht links von der Geisel, wenn du jetzt rein pusht Hilf mir erst mal, hilf mir erst noch Nö, der hat ein C4 geworfen, hätte ich dir geholfen, wären wir tot Er hat euch Feige genannt Ja, der hat das aber nicht rausgeschafft Ja, das war doch einer Ist ja geil, hätte ich das C4 in der Luft getroffen Das ist ja geil gewesen Ja, hast du ja sogar Hab ich? Nice Du hast das C4 bei mir in der Luft zerstört Noll Der lag da hinterm Pult erst mal Du hättest pushen können Ja, aber IQ hat mich von hinten angeschossen Das habe ich dir gesagt, push Neue Schnauzeiten noch LOL Double Kill Alter, war es ein Opfer Ich glaube irgendwie nicht, dass er hackt Der möchte von mir und ich zu ihm Von wegen Platin Scheiß auf, ich mag die Shotgun Guck dir das mal bitte an LOL Wieso machst du sowas mit einer Shotgun? LOL Wieso machst du sowas mit einer Shotgun? Warum nicht? Wo sind die anderen? Hab sie! Wir brauchen sie nur, aber ich kriege sie Da war Er ist über uns Ein Gegner verbleibt Die Ecke von dem Raum Hier in die Ecke Seh ich nix Da ist ein Schild, aber ich seh nix Da schieß das Schild mal weg Der sitzt da bestimmt drin dran Ja, hab ihn Headshot Die Drohne ist vorbereitet Fahr mit der Kamera rein Warte, ich fahr gleich mit der Kamera rein Schild Dine Hinter Jetzt kann das auch An die Eingänge Ach das hast du Ich habe meine Pistole extra mit Laserpointer Dass ich die Gegner ein bisschen verwirren kann Nice Lass ihn rauskommen Lass ihn rauskommen Mach das Schild weg 1.15 1.15 Willkommen Smart ist auch kaputt Aber da ist noch was Kassel ist oben drin Können wir die Geisel safe holen oder gibt es noch Probleme? Da gibt es Probleme Kassel ist oben in dem Rumbruch Die Geisel über der Garage ist Die Banya ist wieder an der gleichen Stelle Wurde Killed von Vakery lang 40 Sekunden Die Banya ist tot Die Banya ist tot Die Banya warst du Geh mich aus dem Weg Arschloch Komm raus Gut ich komme Ich habe eine Minion gelegt Ich habe eine Minion gelegt Blindergranate geworfen Von der Tür steht eine Gamer Passt das Das wäre nicht schon wieder greedy Ne ich wollte einfach die ein bisschen locken Dass sie die holen können Mit dem Feuer kommen sie auch nicht mehr ran Kommt steht da Kommt rum Fenster Perfekt Egal Ein Nicker Die da ist aus dem Ne Das Witzige war die wurden greedy auf mich Die sind gerade alle wegen mir gekommen Ich habe die Claimers vor der Haupttüppe platziert Hier Okay Ah ein Q ist im Serverraum Lolladin was machst du? Irgendwer schlägt was auf Da kommt er Warte Lolladin bei dir kommt er gleich Weg 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 die schießen da Ich habe sie gehört Da ist IQ drin Nur noch IQ Aber die haben die Ich weiß nicht die klauen noch voll Hier kommt er Hier kommt er Ah ne es ist Lolladin Äh Lolladin klauen Du kannst die rushen Da ist Ja Rushy Ich veraimt er Walter Junge Junge Das war richtig Spitter gerade Oh Alter Ich wollte nur mit ihr spielen Ich wollte nur mit ihr spielen Ich wollte nur mit ihr spielen Wie war das? Ich anvisiert immer Ähm Ja also wenn ich rushy Das sieht euch nicht so oft an Mit einer Schrotflimte Ganz ehrlich Lolladin Geh mal zu A I Ich habe irgendwo in der Nähe was gehört Ich musste mal warten Oh Mucke Danke Danke Deshalb habe ich gesagt Ich habe was gehört Lolladin der Rest ist da vom Fenster bei Mucke Alle drei? Ja Alle zwei Einer steht im Gang Und der andere ist am Fenster Ich warte einfach hier Wenn die B sichern Spreng ich mir die Wand auf Mit meinen Nails Ja aber wenn Mucke tot ist Deswegen Jetzt musst du rein Das meine ich gerade Rechts von hier Rechts von hier Rechts von hier Letzter verbleibender Gegner Hinter dem Ding Jetzt Hahahaha Fickt euch ins Knie Ich mag schrotzen Ich glaub das war sogar die letzte Kugel ne Das war die letzte Kugel jetzt Das war Strategie Die haben mich auch nicht gesehen Die haben nicht gecheckt wo ich war Ich glaub Ich glaub